Und weiter geht's mit unserem Experten-Run. Und jo, wir werden mal sehen. Wir haben einfach ganz schnell durch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das Leder haben wir jetzt auch. Und jetzt machen wir noch diesen komischen Niedersau hier weg. Und die Gürtelteile. War ja klar, dass die wieder hier oben hängen. Und zack, und zack. Wunderbar. Und zack, und zack. Und weiter. So, und jetzt ist das Gürtelteile. Wunderbar. Fertig. So, jetzt noch die Bären hier. Und zack, jetzt hier drauf auf den Schatten. Echserig. Weg, Wunderbar. So, und weiter. Und bam. Und. Und. A-Skill diesmal. Wunderbar, alles platt. So, und weg ist er. So, und bam, und A-Skill. So, der Einzige, der ich nicht habe, war da oben da. So, und... Weiter geht's nach oben. Na. Und gut, positioniert gewesen. Und nochmal. Und nochmal. Das war's. Wir müssen also dann vielleicht noch ein Sputus mal machen, um den AP-Quest zu lösen. Ja, die Tropfchance ist diesmal nicht allzu hoch gewesen, aber... ...und eins und zwei und drei. So, wir werden jetzt mal nebenbei nachladen und ich werde noch schnell mein Inventar füllen. Ich werde euch vermeiden! Oh, hey! Oh! Oh! Ja! So, weg machen. Na genau. So. Ich fange jetzt erstmal den Quester. So, nur den Quester haben wir gerade nicht. So, wir machen unser Materialen-Dings leer. So, machen wir mal das Zeug weg hier. Dann Standpunkt war jetzt auch gerade Kehner. Und Kräuter auch nicht. So, und da haben wir schon wieder mehr Platz, falls wir mal wieder Sachen kriegen, die wir noch nicht hatten. Notizbo natürlich aktivieren. Und wir haben zweimal Raven, das tun wir verkaufen. Und da sind wir die Kiste und die andere Kiste. So, das kann man mit 30 öffnen. Das können wir dann für die ältere Bootfallseroberung nehmen. Und das hier sockeln. So, dann hauen wir das hier unten hin. Im Prinzip das so. Zack und zack. So. Da ist der Waffenabwehrstein, Rüstungsstein. Ab 26. Hier haben wir 26. Zornkonone und Oberwürfel. Yeah. So, ich würde mal sagen, wir machen gleich wieder weiter. So. So, so. So.